Ich weiß, ich war lange weg, doch jetzt, äh, doch hier bin ich wieder, und so. Ja, yo, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Knights of Pen and Paper, was ich endlich mal wieder aufnehme. Ein Wunder ist geschehen, Leute. Ich weiß gar nicht mal, warum ich die letzten Tage überhaupt nicht so aufgenommen hab, weil, wissen wir, in den letzten Tagen, da war ich irgendwie so ein bisschen, ähm, man kann, ich kann's Aufnahme-Faul nennen, oder, ähm, naja, ich war eher mehr so etwas unkreativ die letzten Tage, und hab eigentlich nur sehr oft, hab eigentlich nur die ganze Zeit WoW gespielt und, äh, Oblivion. Na, ja, noch so ein bisschen am Wochenende. Ja, ich werde ein bisschen aufnehmen, weiß gar nicht mehr mal, wo wir waren. Ach ja, genau, wir waren hier im Wald und mussten jetzt doch noch irgendwas machen. Ähm, so, Obdachloser, eskortieren, ja. Obdachloser. Äh, ein bisschen kleiner von einem Mann. Gibt's Gold. Ich kenne jemanden auf Burgabend, der genau, äh, genau wie du aussieht. Tatsächlich würdet ihr mich dort hinbringen, wenn ich euch darum bitten würde. Ich wollte schon immer mal jemand treffen, der so aussieht wie ich. Alles klar, los geht's. Reisen. Wup, 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 wup. Oh mein Gott, wir werden sonst zwei Spinnen angegriffen. Du, 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 du. Du, 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 du. Was wäre nur dieses Spiel, ohne dass ich mit dieser Musik immer mit eifer? Aber Leute, ich muss euch sagen Ich komme teilweise Momentan zu fast gar nichts mehr Mein kompletter Tagesablauf Liegt eigentlich Besteht darin Ungefähr um Halb sechs aufzustehen Dann um Dann um Ungefähr so gegen 6.20 Uhr Oder so zur Bushalte zu laufen Damit ich noch meinen Bus bekomme Oder spätestens um 6.20 Uhr Dann Dann zur Schule gehen Um halb eins Dann aus der Schüble zu kommen Um halb zwei Da komme ich dann zu Hause Und dann esse ich was Docke mich kurz in den WoW ein Mach mein Zeug da Bis dahin ist es ungefähr dann meistens 3 Uhr Und dann um 3 Uhr Hau ich mich eigentlich meistens immer kurz So ein bisschen pennen Und wache dann meistens immer so Oder das war zumindest auf jeden Fall heute so So gegen 5 oder 6 Uhr auf Und dann mache ich noch das restliche Zeug Was ich noch so machen wollte Und muss Hausabgaben machen und alles Ja Hier habe ich Hilfe Gerade nicht zur Zeit für YouTube Aber Naja Was soll man machen Ich versuche wenigstens noch alles Zwischenrein zu bekommen Also wenn ich mal keine Folgen mehr habe Zum Hochladen dann Oder so Ich hätte auch das ganze Waters of Draen Hochladen können Aber das wollte ich noch nicht Ich war zu faul zu hindern Oh mein Gott Was ist denn mit dir passiert Du hast mich trotz dieser Lumpen erkannt Oh mein Bruder Wo sind meine Robe Und mein Hu Äh Meine Krone König Ich bringe schlicht die Nachricht Meine Buck Wurde erobert Ich wurde verflucht Alles Alle wurden verflucht Das reinste Grauen Ich weiß Wovon du sprichst Der schwarze Magier Hatte unter anderem Auch Milch in seiner Macht Aber diesen Abenteuern Gelang es Den Zauber zu brechen Die Buck Ist voller Monster Und wilder Wenigstens Konntest du flüchten Wir sind zwar bereits Jetzt am Rande Unsere Kräfte Aber wir müssen Die Buck Des allsehenden Auges Umgehen Befreien Woher weißt du den Namen Das hat bis jetzt noch niemand gesagt What Ja wir müssen uns beeilen Seht euch vor die Buck Will mir nur so vermonsteren Muuuuh Böses Lachen Ich kriege jetzt gerade Zehn böses Lachen hin Ohne dass ich laut bin Ich will jetzt momentan Nicht so laut sein Weiß auch nicht Was sah es sich hier mal Total aus Schrei rum wie so ein Verrückter Liegt einfach vielleicht Daran da ich Erst vor ungefähr Eineinhalb Stunden So gesehen Wieder aufgestanden bin Kaufen wir noch Einen großen Phönix Aus der Arsche Und ein paar Schleifsteine Danach werde ich wahrscheinlich Ähm Sky Shit Spielen Äh Skyrim Mit neuen Charakter Anfangen Und den ziemlich Äh Und gucken dass der ziemlich B-Not aussieht Bin zwar eigentlich kein großer Skyrim Fan aber Naja Denkt euch bestimmt Warum will ich Skyrim spielen Wenn ich das so Scheiße finde Oder sowas Leute ich erzähl Ich erzähl euch das mal Und zwar Das ist eine richtig Harte Story Und zwar ich hab mir das Spiel Für Geld gekauft Ja Für mein Geld Und ich hab damit auch Das Recht jetzt zu spielen Und da ich jetzt sowieso Längere Zeit überhaupt Nicht mehr gespielt hab Ich glaub das war Ungefähr Zuletzt hab ich Letztes Jahr irgendwann Gespielt Im Winter oder so Ich sag nochmal So ungefähr nach Meiner Oblivion Zeit Wo ich ungefähr Ziemlich lang Oblivion Gesuchtet hab Und so Danach hab ich Gern und gezockt Ja und jetzt hab ich Einfach mal ungefähr Ein Jahr später Will ich wieder Kann ich Will ich wieder spielen Denn es ist so Wenn man längere Zeit Kein Skyrim mehr Gespielt hat Dann ist es wenigstens Wieder irgendwie Auf ne Art und Weise Gut Wenn man es dann Wieder längere Zeit Gespielt hat Dann merkt man einfach Wieder nach ner Zeit Einfach wie scheiße Das Spiel ist Aber gut Ich hab dafür Geld gezahlt Ich kann mir wahrscheinlich Das Dragonborn DLC Und nochmal Noch holen Am besten so gegen Weihnacht Sale Oder so Mal schauen Zur Burg des allsehenden Auges Gelangt man nur Durch die Eisssee Passage Hoffentlich ist der Schwarze Magier Auch dort Damit ich ihm Ordentlich Feuer Und am Ende Anmachen kann Reißte Eisssee Passage Und passt gut auf Euren kleinen Zehen auf Aber ich hoffe Das stand da dran Muss grad improvisieren Weil ich einfach Weitergeklickt hab Ich glaube Wenn wir mit dem Ganzen Zeug Fertig sind Dann Weiß ich noch Was wir machen Werden Leute Dann fangen wir Das die LC an Oh Jetzt hab ich Einen falschen Angriff gemacht Ich wollte ja Ich keine Spalten machen Ich dachte Obere wäre Spalten Ich bin auch Ich bin grad wieder Irgendwo neben Verzeiht mir Man merkt das wirklich Ich bin grad So Das ist Bist Euwer Ich bin und Du glück LTH ich bin 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 Oh, cool. Zeug, was mir nicht so bekannt vorkommt. Wobei, da hinten ist eine Skistrecke. Was das jetzt ungefähr darstellen soll, weiß ich nicht. Ich soll wahrscheinlich Dieti oder sowas darstellen. Das da kommt mir... Ach, das ist Captain America Shield. Ah, jetzt... Jetzt... Jetzt sehe ich's. Und ist da hinten? Keine Ahnung, soll wahrscheinlich ein Oblivion-Portal oder sowas darstellen. Oder ein Neter-Portal aus Minecraft. Der eiskalte Wind fährt euch durch... Äh, durch Mark und Bein. So langsam haben wir schlechter den Gedanke, dass ihr den nächsten Tag nicht erleben werdet. Brrrr. Grrrr, ich bin ein Grisli-Bär. Als ihr den Korridor betrichtet, seht ihr eine riesige Eiswand. Ihr erkennt sofort, dass ihr sie nicht durchbrechen könnt. Noch dazu besitzt diese Wand magische Eigenschaften. Ihr habt aber das Gefühl, dass es jemanden geben muss, der weiß, wie man die Wand durchbrechen kann. Im Moment aber fällt euch nichts Hilfreiches ein. Ihr wisst nur, dass ihr vielleicht... Dass ihr dort nicht vorbeikommt, vielleicht... Solltet ihr einmal die Leute im Yoga-Dorf fragen. We've done. Ihr erreicht die Eisdie-Passage und könnt immer noch alle 10 bewegen. Vielleicht weiß jemand im... Vielleicht... Vielleicht weiß jemand im Yoga-Dorf etwas darüber. Das... Das Mindeste, was wir jetzt machen können. Okay. Leute, im Yoga-Dorf-Fragen habe ich mir nicht notiert. Macht euch bereit. Lasst uns den Dorf... Lasst uns den Dorfältesten fragen. Ihr könnt etwas darüber wissen. Ich lasse den Dorfältest direkt neben euch erscheinen. Quest done. Also, ihr habt jemanden gefunden. Die Breakdance-Oma. Die ist legendär. Legendärer NPC. Ich würde nämlich bestimmt Bonn hitten. Wurde, dass sie kämpfen können wahrscheinlich oder so. Hm, Flachland. Was? Reisenflachland-Zäfte? Das mache ich schnell. Verzauber. In der Pen & Paper-Welt ist ein großes Ibel am Werk. Im Stürm richten viele Höfe zugrunde. Der Wind ist so stark, dass er einige Baracken auch einfach davonbläst. Erdbeben und Überschwemmungen. Ach, es passiert einfach so viel. Ihr solltet euch zum Flachland-Tempel begeben. Ruft die Pen & Paper-Götter an und hofft, dass sie eure Bitten Gehör schenken. Ruft die Pen & Paper-Götter an und hofft, dass sie sich um eine Tode schwinge am Berg. Ruft die Pen & Paper-Götter an und hofft, dass sie sich um eine Tode schwinge am Berg. Und jenseits am Meer. Wir werden ein Paper-Welt vor dem Untergang. Und wir müssen etwas dagegen unternehmen. Aber wie? Wir können die Lefige brauchen, die wir kriegen können. Während ich das Opferritual vorbereite, gäbe es da einige Aufgaben, die ihr erledigen könntet. Quest an Germani. Seid ihr bereit? Okay. Lavakugel, Schneeflocke. Wüstenrose, Leuchtstein, Lavakugel. Wo muss ich denn zur Lavakugel? Er sollte zum Vulkan des Phönix gehen und dort Lavakugeln sammeln. Bauche sie für das Opfer an den Feuergott. Sobald ihr mir, ähm, sobald ihr mir gebracht habt, was ich benötige, werden wir mit dem Ritual beginnen. Los geht's. Reisen zum Vulkan des Phönix. Das ist Stufe 30. Schneeflocken. Ihr solltet in den Dunkelwald gehen und dort Schneeflocken sammeln. Bauche sie für das Opfer an den Wassergott. Sobald ihr mir gebracht habt, was wir blablabla. Ah, und wieder sind wir an denselben Ort zurückgekürt. Kämpfen. Ah, du kommst nicht vorbei. Das ist sehr rakenariös. Also mich würde nichts wundern, wenn die Rakenhaus oder sowas vorkommt. Es wird wahrscheinlich noch eine WoW-Anspülung geben. Wobei, er fände ich sehr knorkel. Was hat denn der da gerade gemacht? Ich muss sagen, einer der coolsten Boss in WoWs, Rakenhaus. Gegen ihn kann einfach niemand, niemand kann Rakenhaus das Wasser reichen, ja. Der ist einfach nur Premium. Ja, der hofft ja in seinem fucking Lava-Pool. In seinem Lava-Pool vor allem. Mhm, er hat einen Lava-Pool. Sowas muss man erstmal schaffen, den Lava-Pool zu besitzen. Und dann, wenn man den auf heroisch macht, dann hat er noch eine zweite Phase, in der er wütend wird und dann aus seinem Lava-Pool raussteigt und Beine bekommt. Und er, und, wenn man ihn davon noch nicht besiegt, dann ist die Gruppe zum Tode verurteilt. Wirklich zum Tode. Das habe ich schon mal, das habe ich schon zu dritt gemacht auf Level 90. Wir sind da sowas von hart dran gestorben. So hart kann man in dem Spiel eigentlich gar nicht mehr sterben. So hart war das. Und zudem ist er irgendwo richtig cool, weil er einfach... Weil er einfach hier so der oberste Typ des Feuers ist. So, badass, motherfucker, Feuer. Elementar, Oberboss. Ungefähr. Der gute Ragnaros. Wobei, ich könnte auch mal das mit Todesschwingen mal machen. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht gemacht. Würden manche Leute sich wahrscheinlich fragen, Was, du hast auch nicht mit Todesschwingen gekämpft? Wie kannst du nur? Sollte ich mal machen. Ich gucke mal, ob ich das solo machen kann auf 100, Da ich weiß, dass ich die Feuerlande auf 10er normal eigentlich locker easy schaffe. Wie es auf HC ist, weiß ich nicht. Da kann ich euch nichts sagen. Könnt ihr mal gucken, ob ich das auch im 25er schaffe. Ich weiß nicht, eventuell nehme ich das auf. Ich wollte das Zähne eigentlich aufnehmen, aber darauf... Aber ich wollte zuerst testen, ob ich das wirklich überhaupt schaffe. Habe ich ja dann letzten Endes auch. Oh, ein Drujaden-Ding. Baum. Herzliches Teil. Warum bewegt die sich da drin überhaupt? Und der Baum nicht? Die geht immer so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ich könnte jetzt ungefähr sagen, was ich da für eine Vermutung habe, aber ich lasse es lieber. Kann mal jemand eine Pizza bestellen? Ja, aber der Pizzaboot ist doch in unserem Team. Boah, das wäre ein richtig harter Kampf. Ja, komm, beginnen wir. Was zum Geier. Ich würde eigentlich, wenn dann erstmal den Stunnen wir. Das ist auf jeden Fall machbar. Sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Wow, alter. So dum-dum-da-dum-dum. So dum-dum-da-dum-dum. Okay. So dum-dum-da-dum-dum.